Hallihallo aus der Sonne des Omans. Also ich habe das Medbett auch versucht und habe persönlich keine Besserung gespürt bei meinen Problemen. Es kann allerdings sein, dass sich einiges gelöst hat bei mir, weil ich fühle mich im Allgemeinen, muss ich sagen, besser, positiver und habe das Bett gebeten, mich zu scannen. Habe an den Armen, an den Unterarmen ganz starke Energien gespürt. Dadurch habe ich auch gemerkt, es funktioniert, aber wusste nicht so richtig, wie das einzuordnen ist, weil ich habe an den Armen überhaupt keine Probleme. Habe das Bett auch gebeten, meinen Nacken, weil ich habe grundsätzlich Nackenprobleme, meine Augen und meinen Darm zu fokussieren oder mich selber halt. Ich habe mich selber halt dadurch gebeten, da tiefer zu gehen. Habe jetzt keine Verbesserung gemerkt, weder bei den Augen noch im Nacken noch in der Darmgegend, aber fühle mich im Allgemeinen positiv. Aber ich weiß nicht, ob es an den Situationen im Moment liegt, ob es an den Schwingungen liegt, keine Ahnung. Auf jeden Fall würde ich das doch gerne noch ein bisschen versuchen und schauen, weil wenn es funktioniert, ist für mich wirklich ganz, ganz wichtig, dass ich anderen helfen kann und ich würde dann auch dementsprechend das Bett kaufen, um anderen halt zu helfen. Und wenn es mir hilft und wenn ich das bestätigen kann, dass es mir besser geht, dann denke ich, dass ich dann auch anderen da eher schon Auskunft geben kann, als wenn ich selbst keine Besserung oder irgendwas gemerkt habe. Das ist der Grund, warum ich es gerne weiter probieren möchte. Und das ist der Grund auch, warum ich ein bisschen gewartet habe, es ist jetzt schon ein paar Wochen her, um zu sehen, ob sich was tut oder nicht. Und hatte dann auch das Team angeschrieben, da auch nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr noch zu mir zurückgekommen seid, da ich noch ein paar Fragen hatte. Und ich denke, das hat Zukunft, weil ich persönlich denke, es funktioniert. Ich habe halt die Energien gemerkt und würde da deswegen auch noch an der Studie teilnehmen wollen und wünsche allen, die das ausprobieren, viel Spaß dabei und versucht es, macht es auf jeden Fall. Es kann euch nicht schaden. Von daher alles Gute und auch dem Team alles Gute, die Leute, die das erfunden haben. Und wie gesagt, lasst uns mal sehen, wie das Ganze funktioniert und alles Gute euch und ganz, ganz liebe sonnige Grüße.